Die Welt der Finanzen ist sehr komplex. Wir liefern die Expertise, das Know-how, die Experten. Alle zwei Wochen, montags, auf smartes Geld. Heute Dr. Hendrik Leber, der Gründer von Akatis. Wir denken strategisch, fundamental, und analytisch. Am Ende entscheidet der Mensch mit großem Erfolg. Akatis. Herr Dr. Leber, weshalb sind Tech-Werte auf einmal nicht mehr so sehr gefragt? Dass die Tech-Werte im Moment einen kleinen Rücksetzer haben, ist, glaube ich, vollkommen normal. Ich habe noch nie erlebt, dass ein Trend in der geraden Linie nach oben führte. Von daher korrigiert ab und zu die Börse. Und so ein bisschen sagt, nimmt die Erwartungen ein bisschen runter. Und die Erwartungen waren ja sehr hoch an die Tech-Werte. Und da ist es vollkommen normal. Und für mich nur so ein Schluck auf, auf einem langen, langen Aufwärtsweg. Aber man muss da eben differenzieren. Wir haben ja sieben Namen, die wir da führen. Komplett unterschiedliche Ökonomien, die dahinter stecken. Da haben wir mal Produzenten von Computerchips oder beziehungsweise Auftraggeber von Computerchips. Dann haben wir welche, die eigene Systeme betreiben oder eigene Cloud-Anwendungen betreiben. Da gibt es einen Autohersteller. Also es ist sehr, sehr gemixt. Und ich glaube, jeder verdient eine eigene Betrachtung. Und darum, ja, man muss es differenziert sehen. Bei manchen ist das Ende des Wachstums erreicht. Bei einigen geht es noch steil aufwärts. Darum, mich überrascht das gar nicht. Wer ist denn dann Ihr kleiner Favorit? Und wen würden Sie lieber links liegen lassen? Also die Nvidia ist sicherlich technologisch der absolut spannendste Titel unter all diesen Titeln. Und angesichts der Wachstumsrate ist die hohe Bewertung dann doch nicht mehr ganz so hoch. Nvidia wird uns Jahre erhalten bleiben, wird Jahre weiter wachsen. Da mag die Börse so ein bisschen schwanken, aber ganz eigenes Thema. Ohne Nvidia läuft im Moment in der AI praktisch gar nichts. Dann haben wir eine Firma wie Amazon. Amazon ist eigentlich der, also ja, Warenhaus auch. Aber im Grunde ein Rechenzentrumsbetreiber. Und Rechenzentren sind die Infrastruktur, auf der alles technologisch läuft derzeit. Und es ist gar nicht so leicht da reinzukommen. Es gibt drei Firmen, die da drin sind. Das ist eben die Microsoft, die Amazon und die Alphabet. Alphabet als Dritter. Und mit deren Rechenzentren und den Datenleitungen wird das Internet in gewisser Weise beherrscht. Und auch die künstliche Intelligenz. So, da haben wir, also ich hatte die Amazon schon erwähnt, Microsoft, auch ein ganz großer Rechenzentrumsbetreiber. Azure ist dann das Stichwort. Was bei Microsoft noch additiv dazukommt und noch weiter stabilisiert, ist die enge Kundenbeziehung. Ich kenne keinen, der bei Microsoft gekündigt hat, weil er sagte, mir wird das jetzt zu teuer. Die haben eine monoponartige Macht über den Einzelnen an seinem Schreibtisch. Dann haben wir die Alphabet, für mich die klügste Firma in der Welt oder vielleicht nachher wieder die zweitklügste. Fantastische, sagen wir mal, technologische Ingenieure, die da sind. Die müssen aber immer nach Aufträgen jagen. Das ist hart. Die haben ja keine Abonnenten oder die bauen das auf, aber keine Abonnenten so ähnlich wie Microsoft, die dauernd große Beträge zahlen. Und das heißt, sie müssen jedes Mal bei jeder Suchanfrage gucken, dass sie dabei sind. Also das ist gar nicht so leicht. Dann haben wir die Meta, die ich nicht gut genug kenne, also Meta mit Facebook zum Beispiel, die auch im Bereich AI forschen, auch glaube ich gut sind, aber mir fehlt das Wissen, die gut zu beurteilen. Und die Apple. Apple hat meiner Ansicht nach eine Grenze des Wachstums inzwischen oder ein Plateau des Wachstums erreicht. Die Verbrauchszahlen, also die Verkaufszahlen steigen nicht mehr groß weiter. Die Nutzung allerdings wird noch intensiver. Das heißt also im Apple Shop passiert noch mehr, aber die Zahl der iPhones stagniert, die sie pro Jahr verkaufen. Und an letzter Stelle schließlich die Tesla. Und Tesla ist ein Autohersteller, wenn man es mal wirklich auf den Punkt bringt. Ein sehr guter, sehr interessanter Autohersteller, viel zu teuer bewertet. Die anderen ziehen langsam nach und da glaube ich, das ist einfach, da wird einfach Blech verkauft, bei den anderen wird Intelligenz verkauft. Und das macht Tesla ein bisschen schwächeren Kandidaten in dieser siebener Runde. Apropos Rechenzentren. Supermicro-Computer ist da der Platzhirsch. Nun haben die ein Bilanzproblem. Ist diese Aktie dennoch für sie ein Kauf? Also ein Kandidat ist Supermicro auf alle Fälle und ein Kollege hat sie auch im Portfolio, hat ja auch da sehr gut Geld verdient. Ich habe mir die Anschuldigungen angeguckt und auch die Bilanzdaten. Ja, da ist ein bisschen was fishy. Ich glaube, die sind marktmäßig gut aufgestellt. Ich habe die Probleme noch nicht durchdrungen, fühle mich noch nicht sicher. Aber ein Kandidat ist es auf alle Fälle und mal gucken, wie die Aufklärung weitergeht, ob man da reinsteigen kann. Aber solche Firmen braucht es. Überhaupt die ganze Infrastruktur ist einfach spannend, oder? Rechenzentrum, ja, das ist wirklich auch Physik. Da sind Racks und das sind einfach Geräte und Stromleitungen. Da muss ja auch irgendwie eine Stromversorgung her. Und Microsoft denkt über Atomkraftwerke nach, die dann diese Rechenzentrum versorgen. Da wird also auch physisch investiert. Die Datenleitungen kosten viel Geld. Das hört sich alles so leicht und wolkig an, die Cloud. Aber da ist auch harte Physik dahinter. Und Supermicro bietet dann eben die Geräte an, die in die Racks reinkommen. US-Frühindikatoren signalisieren eine Wirtschaftsschwäche. Börsianer sehen die Welt aber positiv. Wie schließt sich dieses Gap? Nun, ich schaue nicht so besonders auf Frühindikatoren. Aber gehen wir nochmal erstmal zur Differenz am Aktienmarkt. Die wenigen Großen, die den Index dominieren und die Kurse machen. Und die 90 Prozent anderen, die oder stückteilmäßig sogar noch mehr, das sind bis 95 Prozent von Titeln, die sich wenig bewegt haben, dennoch ein gutes Geschäftsmodell haben. Ich gerade sagte, hinter jedem der großen Namen steckt eine ganze Horde, eine ganze Begleitflotte von Firmen, die alle im gleichen Weise Geld verdienen und eigentlich die gleiche Bewertung haben sollten, aber von der Börse nicht bekommen. So, wenn wir jetzt mal die Konjunktur anschauen, auch da gibt sich kein eindeutiges Bild. Wir sehen zum Beispiel bei den Gewerbeimmobilien deutliche Leerstände. Ich höre dann wiederum von den Einfamilienhäusern riesige Nachfrage teilweise. Wir haben einerseits einen riesen Boom an Ausgaben, der jetzt abgeklungen ist und jetzt so ein Loch bildet im Konsumentenverhalten. Es ist ziemlich differenziert zu sehen. Um mich in der Situation zu orientieren, schaue ich einfach auf Trends, die nicht so konsumabhängig sind. Es gibt einfach Dinge, die ich brauche, auch wenn ich viel oder weniger Geld habe. Manche Dinge muss ich einfach konsumieren. Und das sind für mich die sichereren Aktien, weil die nicht so zyklig sind und nicht so abhängig sind. Darum, Arbeitslosenzahlen sind interessant. Sie sind eh statistisch, naja, mit einem sehr dicken Daumen geschätzt. Manchmal kommt eine positive Nachricht, Monate später wird sie ins Negative korrigiert. Also da passiert alles Mögliche. Mein persönlicher Eindruck war jetzt, als ich in den USA war, die letzten beiden Male in den letzten Monaten, teilweise ein bisschen leere Innenstädte, zugenagelte Schaufenster, Menschen auf der Straße, die nicht Luxus ausstrahlen. Daran sieht man mal vielleicht im offensichtlichen Straßenbild der Innenstädte in Amerika, der großen Städte, ist es vielleicht schwach. Aber ich kann auch nicht sehen, was an Luxus woanders konsumiert wird. Darum keine klare Aussage dazu. Im Moment läuft es noch ganz ordentlich. Wall Street behauptet, die amerikanische Notenbank sei hinter der Kurve. Sehen Sie das auch so? Also die amerikanische Notenbank und auch die Europäer haben es geschafft, dass die Inflation inzwischen wieder ein erträgliches Niveau erreicht hat. Da würde ich mal sagen, gut erreicht. Aber die Notenbank hat ja in den USA zwei Ziele, nämlich die Konjunktur und die Inflation. In Europa angeblich auch nur ein Ziel, die Inflation. Sie machen dann die Konjunktur auch noch so ein bisschen am Rande mit. So, wenn ich mal sage, Geldwertstabilität in den USA ist erreicht, dann muss ich mich aber als Sicht eines Notenbankchefs auch darauf vorbereiten, dass irgendwas schief geht auf der Welt, dass eine Krise kommt, dass irgendwo Zollschranken hochgehen. Ich muss vorbereitet sein. Ich brauche Pulver. Und Paul hält sich das Pulver derzeit gut trocken. Er kann sich von dem jetzigen Zinsniveau sehr gut runterbewegen und stimulieren. Wenn er jetzt schon runtergehen würde, wäre sein Pulver verschossen. Und darum glaube ich, ist es gut, dass er etwas Pulver trocken hält. Also Geldmenge und Zinsen, dass er an beiden arbeiten kann. Und ich halte seine Politik für klug. Also alles gut, aber nun stehen die US-Präsidentschaftswahlen unmittelbar bevor. Gibt es da für Sie Präferenzen? Ja, ich komme gleich nochmal zu der Frage zurück, weil nochmal, in Amerika ist alles gut. Das kann man sagen. Es sieht auch alles gut aus. Und es ist lange gut gegangen. Wenn ich die Schulden Amerikas nehme, dann sind die pro Kopf am Niveau, das ist Griechenland oder Italien, nicht unähnlich. Und es lässt sich ein glänzendes Leben führen, wenn ich mit dem Geld anderer Leute arbeite. Und das Geld anderer Leute, das sind zum Beispiel japanische Investoren, die irgendwo Zinsen haben möchten. Mit dem Geld lässt sich wunderbar arbeiten. Und jetzt will ich nicht überreistlich pessimistisch sein, aber wir haben in der Uni gelernt, es gibt immer einen Preis, der zu zahlen ist. Und der Preis wird zu zahlen sein für die ganzen Schulden. Und irgendjemand wird dafür blechen müssen. Das sind entweder die Investoren, die das Geld gekauft haben, oder die Inländer, die keine Rendite mehr kriegen, oder es wird die Inflation wegnehmen. Also von daher, alles gut, sehr problematisch. Die Rechnung wird kommen, aber vielleicht erst nach zehn Jahren, statt nach fünf Jahren. Zurück zur Wahl. Der Rücktritt von Biden hat den Weg geöffnet für ein komplett neues Spiel. Und Kamala Harris ist plötzlich mit einer jugendlichen Energie da reingegangen. Und hat die Spielregeln der Diskussion deutlich verändert. Ist nicht mehr Sleepy Joe, sondern das ist eine Kamala Harris, die klar sagte, ich bin mit Verbrechern und Vorbestraften und Frauen gendern schon als Staatsanwältin gut umgegangen. Da macht mir ein Donald Trump nichts aus. Das sind Worte, die hätte ein Joe Biden nie wählen können. Und plötzlich kommt eine Dynamik rein und Trump ist sozusagen im Hintertreffen, weil er dieses Spiel der Worte nicht mehr beherrscht und es nicht mehr funktioniert, wie er es mal gehabt hatte. So, die Statistiken nochmal. Es gibt da zwei Statistiken. Es gibt die Wahlumfragen. Es gibt aber auch die Wettbüros. Und wenn ich schaue, wie geht das weiter, dann steht Donald Trump im Moment noch vorne. Und zwar gibt es eine Website, Polymarkets heißt sie, glaube ich. Und da kann man sehen, wie ist der wahrscheinliche Ausgang der Wahl. Und er liegt drei Prozentpunkte vorne. Es kann sich drehen, wir haben noch zwei Monate Zeit bis zur Entscheidung. Stimmungsmäßig hat Kamala Harris übernommen. Trump ist im Hintertreffen, aber man weiß nicht, wie es ausgeht. Von der Wirtschaft her. Meine Kollegen, wenn ich die Frage sage, Trump ist gut für die Wirtschaft, der wird die Steuern nicht erhöhen, der wird der Wall Street guttun, das glaube ich auch. Kamala Harris will Preiskontrollen einführen. Das ist schlecht für die Wirtschaft. Also da steckt schon ein sozialdemokratischer Gedanke hinter ihren Werkeln. Und das ist eher dämpfend für die Wirtschaft als belebend. Da würde ich mir sagen, börsenseitig ist der Trump sicher besser. Politisch wahrscheinlich eine Kamala Harris, obwohl ich von der noch nicht viel gesehen habe. Sie war immer sehr im Schatten. Was wird passieren? Beide werden gucken, dass es in Summe der amerikanischen Wirtschaft gut geht. Sie werden auch auf Zoll- und Abschreckung setzen, also auf Importschranken setzen. Also nicht Abschreckung, sondern einfach Ausgrenzen ausländischer Produkte. Das heißt, chinesische Ware fließt stärker nach Europa. Die verlagern das Problem dann ein bisschen nach Europa. Ich glaube, beide werden uns Europäer nicht besonders gut tun. Nur weil der eine ein bisschen sympathischer ist als der andere. Es ist nicht, dass es für mich vorteilhaft ist. Sie sind beide genauso egoistisch für ihr Land und nehmen sich da nichts. Von daher kein klares Bild. Trump für die Börse besser. Politisch würde ich mir lieber eine Kamala Harris, weil ich doch hätte, gern hätte, dass die Demokratie in Amerika erhalten bleibt. Deutschland hat gerade gewählt. Sachsen und Thüringen. Bringen diese Wahlen die Deutschland AG ins Wanken? Wer ist die Deutschland AG? Ich meine die Industrie, den Mittelstand. Von beiden ist zu hören, dass sie wegen Aufkommen der Fremdenfeindlichkeit ihre Produktion ins Ausland verlagern. An dem Thema ist wirklich was dran. Ich hatte vor ein paar Tagen einen Call mit einem Venture-Capital-Unternehmer aus Dresden. Der sagt, wir haben tolle Technologie hier, die Uni bietet tolle Chancen. Ich möchte was aufbauen. So, und jetzt, wenn ich mir das mal angucke, in der Szene, wenn ich in ein Labor gehe, das ist multinational. Da haben wir alle Sprachen dabei aus Ländern, wo ich noch nicht mehr genau weiß, wo die auf der Landkarte sind. Und die jungen Forscher kommen hierher und forschen. Und er sagt, da kommt dann eben eine junge Dame her und wird an der Straßenbahn angerempelt, weil sie Ausländer ist. Und er sagt, ich will doch hier was aufbauen. Aber ist hier das richtige Ort? Und die Dame hat dann die Wahl, geht sie nach London oder in Silicon Valley oder kommt sie nach Dresden? Eine AfD macht da viel kaputt im Bereich der Industrieansiedlungen. Ich komme aber jetzt zur gesamthaften Wahl nochmal zurück und dann nochmal zur großen Wirtschaft. Ich fand die Bild-Zeitung hervorragend zwei Tage nach der Wahl. An dem Dienstag schrieb sie, was müssen die Wähler noch tun, damit die Politik sie endlich versteht oder endlich aufwacht. Und jetzt nenne ich Namen. Ich habe Saskia Esken in einer Talkshow erlebt und dachte, so dumm, dümmer geht es nicht. Die sagt, wir können aus diesen Einzelfällen mit Ausländerhass nichts lernen. Natürlich können wir daraus lernen. Wir können sehr viel lernen. Und da habe ich den Kontrast zwischen den Bürgern, die ein Unbehagen verspüren. Und dann nehme ich jeden, ich biete jeden Politiker an oder deren Ehefrau oder eine Politikerin, sie soll doch mal abends um 10 Uhr hier in Frankfurt über die Konstablerwache gehen, wie sich das so anfühlt. Und dann die U-Bahn runter und dann vielleicht mal nicht die Rollträger nehmen, sondern die ganzen Drohsüchtigen. Leute, und das gibt ein Unwohlgefühl, das ist real. Das ist nicht nur in den Köpfen mit unseren Vorteilen, das ist real. Und es wäre ein leichtes für die Politik zu sagen, wir nehmen das auf, wir kümmern uns drum. Aber sie tun es nicht. Sie wollen den Deutschen erklären, wie ihre Welt aussieht und dass wir es doch bitte verstehen möchten. Und die Klatsche kam eben jetzt bei den Wahlen im Osten. Es wäre ein leichtes für die Politik, relativ einfach Abhilfe zu schaffen an vielen Stellen und die schwarzen Schafe rauszufiltern. So viele sind das gar nicht. Aber wir haben noch ein anderes Stigma. Und am gleichen Tag war die Meldung, Volkswagen verlagert Werke oder plant, Werke zu schließen. Verschiedene Aspekte. Ich hatte vor Jahren mal zu Beginn der Elektromobilisierung bei Volkswagen gefragt, was macht ihr eigentlich mit den Leuten im Getriebewerk in Kassel? Wenn es ein Elektroauto da ist, brauchen wir keine klassischen Getriebe mehr. Und ich sagte, die können doch Elektromotoren dann fertigen. Nur die Wertschöpfung bei Elektromotoren ist viel geringer als bei Verbrennermotoren. Darum werden die Autos in Zukunft auch billiger werden als Verbrenner. So, und dann haben wir also Beharrungskräfte. Und dann haben wir noch eine Politik, die das Leben schwer macht, die Regeln macht, Verbrenner aus, Verbrenner doch nicht aus. Die Vorgaben macht, Quoten, Subventionen, die teure Energiepreise hat, die die Stahlproduktion in Deutschland schwer macht. Und dann denkt man, Leute, das ist nicht der richtige Standort zu produzieren. Und dann wandert ein Autohersteller graduell ab und die Zulieferer wandern ab. Und die Mittelständler sind schon still abgewandert und reden nicht drüber und Deutschland deindustrialisiert. Und da bräuchte ich eigentlich die jungen Forscher, den aus Dresden, der was aufbaut. Und da gibt es einige, aber es gibt zu wenige. Und so machen wir den Wörterstandort Deutschland wirklich mit Unwissen und Ignoranz kaputt. Bei VW ist jetzt eine Vier-Tage-Woche im Gespräch, bei vielleicht gleichzeitiger Lohnkürzung. Ist das ein tragbares Modell, den Standort Deutschland zu retten? Es gibt sicher Varianten, die mal temporär eine Lösung bieten. Aber ich glaube, der Industriestand in Deutschland ist dauerhaft gefährdet. Da sind ja Entscheidungen zu treffen, vier Tage, das kann man ja mal machen und dann spart man nichts. Aber man hat zumindest die Auslastung irgendwie optisch gehalten. Aber es geht doch um die Frage, da wird ein neues Werk hingestellt. Ich habe mir vor Jahren mal die Autoindustrie angeguckt und ich dachte immer, das sind Fabrikhallen. Aber im Grunde ist es Umlaufvermögen. Da werden dauernd Anlagen gekauft und erneuert. Eine Lackieranlage kostet so viel Geld und nach ein paar Jahren ist sie hinüber, muss ersetzt werden. Es ist ein dauerndes Investieren. Wenn ich die Sicherheit nicht habe, dass der Standort der richtige ist, dann lasse ich die Investitionen hier. Und wenn sie mal weg ist, ist sie weg. BASF hat es vorgemacht. Ich hatte neulich in der Zeitung mal einen tollen Artikel gelesen von Dura Witt. Die machen Toilettenschüsselnkeramik. Die sagten, wir kriegen hier keine billige Energie. Wir brauchen aber Energie zum Brennen dieser Porzellansachen. In Kanada ging das ruckzuck und innerhalb kürzester Zeit stand das Werk. Haben wir in Deutschland ein bisschen zu langsam, zu industriefeindig. Also ich denke auch an Steuerbehörden, denen die Industrie oder das Wohlergehen der Wirtschaft überhaupt nicht am Herzen liegt. Kein Interesse dran. Behörden, die gucken, dass ihre Vorschriften eingehalten werden. Ganz selten mal ein Bürgermeister, der dann sagt, ich will Industrie hierher holen und hier ansiedeln. Aber im Grunde ist die Mehrzahl der Kräfte in Deutschland gegen die Wirtschaft. Ist dann die Energiewende, so wie sie konzipiert ist, ein Dilemma, aus dem wir nicht mehr rauskommen? Gar nicht. Die Energiewende ist notwendig und die wird auch kommen. Also ich bin großer Freund, dass wir das Land Grüner emissionsärmer machen. Ganz groß. Nur wie die Regierung das angepackt hat, ist katastrophal. Ganz schlicht katastrophal. Sie wissen ja, ich bin großer Fan von Carbon Pricing, also dass jede Emission in der Atmosphäre ein Preisschild trägt. Und das führt dazu, dass man über die Vermeidung automatisch nachdenkt. In unseren Fonds setzen wir Klimaneutralisierung ein, also wir kaufen Emissionsrechte. Und wenn ich das mache, muss die Politik gar nicht mehr eingreifen. Das Eingreifen an Stellen, wo es einfach nur die Kosten hoch treibt, anstelle den kostengünstigsten Weg zum Ziel zu finden, das ist der Fehler der Politik. Der Glaube, ich muss regieren, anstatt die Marktkräfte sanft begleitet wirken zu lassen. Mal ein Blick auf die Welt. Die Türkei will den BRICS-Staaten beitreten. Für Sie ein Aufreger? Also die Türkei ist bei uns überhaupt nicht im Visier. Wir hatten sie vor ein paar Jahren, es gab ja sehr, sehr dynamische Jahre in der Türkei. Und wir hatten da einige spannende Firmen von Apotheken, Auslieferungen zu Brauereien. Also tolles, interessantes Land. Für mich nicht investierbar mit der Inflation und der Politik, die wir da haben. Was schade ist. Darum ist also da ein Beitritt oder nicht. Das ist eh ein politisches Spiel, hat keine realwirtschaftlichen Auswirkungen. Von daher nicht wesentlich für mich. China hat mindestens seit zwei Jahren eine vom Volumen her unvorstellbar große Immobilienkrise. Die Auswirkungen weltweit? Nicht spürbar. Warum? Es gibt in China drei Segmente, die ich interessant finde. Das ist A, die Politik als ein großer Block, dann die Investitionswirtschaft und der Güterhandel. Also ich muss das mal trennen. Politik hat Vorgaben, wohin das Land marschieren soll. Dann haben wir den Investitionsgütermarkt, wo Fabriken gebaut werden. Und da ist in China der Staat sehr dominant. Er sagt eben, ich fördere den Wohnungsbau, dann wird Wohnungsbau betrieben. Und ein Staat, der solche großen Entscheidungen trifft, macht große Fehler auch. Und wir haben einen Gütermarkt, der hochkapitalistisch ist, wo also der Preis sekündlich ein neues Thema ist. Ganz unterschiedliche Ebenen der Entscheidung. Was ich jetzt erlebe, ich war ja vor kurzem mit China, ich habe das auch mir mal angeguckt und wir haben auch mit Konsumenten gesprochen, ist, dass die Chinesen, glaube ich, recht behutsam und nicht unklug mit der Immobilienkrise umgehen. Die Immobilie ist für den Chinesen das Wohlstandsartikel, also das Sparobjekt, auf das ich hinspare. Und wenn die Preise fallen, investieren die chinesischen Bürger nicht. Das heißt, der Staat muss gucken, dass die Preise sich stabilisieren. Und er macht das, indem er durch staatsnahe Firmen überschüssige Immobilien vom Markt nehmen lässt und an Sozialschwache für einen günstigeren Preis verkauft. Ich finde das ausgesprochen klug. Wir haben Transparenz von oben nach unten in gewisser Weise. Wir haben Kapazitäten vom Markt genommen. Und es braucht einfach eine gewisse Zeit, bis die alle sozusagen ihren neuen Platz gefunden haben. Der Staat hat die Eigenkapitalanforderungen abgesenkt, die Zinsen auch für die Finanzierung abgesenkt. Und das ist eine Frage der Zeit, bis sich das bereinigt. Und als ich in China war, einige Diskussionen zu dem Thema und die These war, in etwa zwei Jahren liegt das hinter uns und ist ausgestanden. Und dann wird die Immobilie wieder interessant, die Nachfrage kommt wieder, die Menschen konsumieren wieder freudiger. Das kann auch schneller gehen. Im Moment läuft es einfach seitwärts. Bei den Kryptos geht es mal rauf und mal geht es runter. Glauben Sie auch weiterhin an den bleibenden Wert der Kryptos? Also ich bleibe da einfach stur. Die Logik für die Kryptowährung ist jetzt da, war vor ein paar Jahren da, war vor zehn Jahren da. Das ist nochmal, also speziell das Bitcoin. Da haben wir ein begrenztes Angebot, das möglicherweise schrumpft, weil die Leute das Geld verlieren und dann das Geld nicht mehr wiederkommt. Und die Nachfrage, die unverändert groß ist, weil jeder politische Konflikt die Flucht in die Sicherheit der Kryptowährung hinein verursacht. Und es sagte neulich jemand sehr schön, dafür brauche ich ja noch nicht mal ein Bankkonto. Ich kann es mir auch mit einer Wallet irgendwo holen. Wenn ich heute mir das angucke, Know Your Customer, wie häufig ich mich ausweisen muss, bestätigen muss, dass ich noch lebe, dass ich noch an der gleichen Adresse wohne, da denke ich, ich fühle mich ein bisschen arg bevormundet. Ich habe das Geld redet nicht verdient, die Steuerbehörde weiß alles über mich. Warum muss ich mich dann nochmal wieder beweisen, nochmal wieder? Und da denke ich mal, hat auch Kryptowährung seinen Platz in der Welt der Zahlungsmittel, Zahlungsaufbewahrung, weil das eine Stelle ist, wo der Staat zwar hingucken kann, es aber sehr schwer ist und darum als ein Sicherheitsinvestmentobjekt ist es für mich wichtig, egal ob die Kurse hoch und runter gehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017